Sarafina Wollny, 27, und Ehemann Peter Wollny, 29, schweben auf Wolke 7. Im Mai vergangenen Jahres durften sich die beiden die Wollnissdarsteller erstmals über Nachwuchs freuen, und das gleich im Doppelpack. Dass ihre beiden Zwillingssöhne Kassai Maximilian und Emory Maximilian das Familienglück der beiden perfekt machen, zeigen die TV-Bekanntheiten immer wieder total stolz im Netz. Nun feierten die Zwillinge von Sarafina und Peter sogar bereits ihr Red Carpet-Debüt. Früh übt sich, haben sich Sarafina und Peter wohl gedacht und brachten ihre beiden Sohnemänner am Sonntag kurzerhand mit auf den diesjährigen Bildrenntag in Gelsenkirchen. Also die beiden haben Spaß, scherzte Sarafina im Gespräch mit Promiflash, denn für die Zwillinge Emory und Kassai war das der erste Besuch auf einem öffentlichen Event. Gemeinsam mit ihren Eltern, Tante Silvana, 30, Oma Silvia, 57, und Co. sind die beiden Wollnissprösslinge samt Kinderwagen über den roten Teppich gerollt. Ob sich Sarafina und Peter vorstellen können, in Zukunft noch weiteren Nachwuchs zu bekommen? Weitere Kinder sind erstmal kein Thema. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die beiden, plauderte die 27-Jährige auf dem Event gegenüber Promiflash aus und verriet weiter, dass das Ehepaar einfach gucken wolle, was die Zukunft bereithält. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die beiden Wollnissprösslinge. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die beiden Wollnissprösslinge. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die beiden Wollnissprösslinge. Untertitelung des ZDF, 2020